Dieser Kassenbon von 2002 geht viral. So teuer ist der Einkauf in 2024. Fazit in 2002, 17 Produkte für unter 10 Euro. Wie viel kosten die heute? Wir gehen in den gleichen Discounter und kaufen die Lebensmittel von vor 22 Jahren nach. 15 von den 17 Produkten aus 2002 haben wir erhalten. Alle Produkte sind inzwischen teurer geworden, mit Ausnahme von diesem Croissant hier. Das hat mich gerade mal 55 Cent gepostet. Fazit, wir kosten einfach 2,49 Euro für 2002. Die haltbare Vollmilch für 55 Cent. Heute kostet die inzwischen schon 91 Cent. Fazit, für 15 Produkte haben wir bereits 14,61 Euro gezahlt. Unter 10 Euro ist also nicht mehr. Überrascht euch das Ergebnis? Schreibt es in die Kommentare.